Oh Mann, dafür werde ich aber nicht hier bezahlt. Na gut, dann wollen wir mal... Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus bitte für den nächsten Sänger. Banani! Oh Mann, kann mich jemand feuern? Ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Hier bin ich! Test, Test, 1, 2, 3. Okay, alles funktioniert. Leute, diesen Song widme ich meinem Freund Lamy. Denn er hat die 250.000 Abonnenten geknackt. Hey Mann, du blöde Banane, behal dich jetzt mal. Ich möchte endlich nach Hause gehen. Na gut, dann wollen wir mal. Und 1, und 2, und 1, 2, 3, 4. Ich habe Kohldampf wie ein Tier. Lamy, mach mir ein Bananenbrot. Uhuhu, Banani, du bist so cool. Oh Gott, ist das peinlich. Und wer kommt da denn jetzt noch? Oh Gott, ist das peinlich. Da sind jemand da. Ähm, uh oh. Hilfe! Oh Mann, was ist das denn so, blöde Affe? Oh, verschwinde, du blöde Affe. Ähm, keine Ahnung, was das war, aber die Show ist damit beendet, meine Damen und Herren. Oh Mann, endlich bin ich wieder zu Hause. Jetzt kann ich mir erstmal eine Pause gönnen. Hä, was ist das denn da? Herzlichen Glückwunsch zu den 250.000 Abonnenten, Lani. Mach ein Abonnentenfest. Ähm, was zur Hölle war das gerade? War das ein Affe, der Banani hinterhergelaufen ist? Naja, wie auch immer, Abonnentenspecial, sagt er, für die 250.000 Abonnenten? Hm, lass mich mal überlegen. Äh, keine Lust, ich hab keine Lust, ein Abonnentenspecial zu machen. Ich guck lieber Fernsehen. Na gut, was läuft denn so im Brookhaven-TV? Oh, Moment mal, was, eine Eilmeldung aus Brookhaven? Oh Mann, ey, was ist das hier schon wieder? Na, dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ähm, äh, ähm, wir sind schon live. Oh, ähm, ähm, ja, sehr geehrte Damen und Herren, hier in der Stadt ist es gerade sehr, sehr laut und verrückt, denn wie man sieht, läuft eine verrückte Banane rum und hinter ihm ist ein Affe oder sowas. Ich hab absolut keinen Bock mehr auf diesen Job. Äh, ein Affe aus Ohio verfolgt mich. Lass mich in Ruhe. Ähm, ja, genug Fernseher für heute. Vielleicht wäre ein Abospecial ja doch keine so schlechte Idee. Hm, ich hab doch mal in einem Video gesagt... Moment mal, Freunde, ich zeig's euch einfach mal auf meinem Laptop. Wo haben wir es? Aha, hier haben wir das Video. Und zwar mein 200.000 Abonnenten-Special. Das war meine Roomtour. Und dort hab ich genau das hier erwähnt. Aber ein Geheimnis befindet sich hier und zwar hinter diesem Fenster. Das seht ihr jetzt nicht. Aber, wenn ihr wissen wollt, was sich hinter diesem Fenster verbirgt, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall bei diesem Video, sagen wir mal so, sieben Likes schaffen. Und dann mach ich vielleicht noch ein Video zu diesem Geheimnis. Und glaubt mir, Freunde, das ist richtig, richtig krass. Also lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und ja, Freunde, dieses Geheimnis werde ich euch heute im Video zeigen. Aber bevor wir dazu kommen, werde ich erstmal ein paar andere interessante Fragen beantworten. Deswegen, let's go! Und hier sind wir auch schon, Freunde. Und die erste Frage kommt von der lieben Litchi. Und sie fragt, kann Emily gut kochen? Und ja, Freunde, vertrauen. Emily kann richtig gut kochen. Aber das Ding ist, Emily ist auch eine kleine, faule Socke. Und deswegen kocht sie echt viel zu selten. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, dass Emily öfter für mich kochen soll. Die nächste Frage kommt von LamyMaxi. Und er sagt, mach mal ein Video mit all deinen Fans zusammen. Und Leute, da kann ich nur sagen, Ich glaube, viele von euch wissen noch gar nichts von meinem Zweitkanal Lamy Gaming. Dort versuche ich ja auch, jeden Tag ein Roblox-Video für euch hochzuladen. Und das Coole dabei ist, dass ich die ganzen Lamy Gaming-Videos mit euch zusammen aufnehme. Und falls ihr euch jetzt denkt, hey Lamy, ich möchte auch dabei sein, darf ich auch ein Video mitmachen? Ja, klar, ihr dürft alle mitmachen. Und zwar müsst ihr dafür einfach nur auf meinen Discord-Server kommen. Dort will ich euch dann einen Link in die Laberecke reinschicken. Und mit ein bisschen Glück kommt ihr dann auch ins Video. Also Freunde, zwei Sachen an euch. Und zwar erstens abonniert den Lamy Gaming-Kanal. Und zweitens kommt auf meinen Discord-Server. Die Links dazu sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Die nächste Frage kommt von dem Lieben Ben Cool. Und er fragt, magst du Döner? Ich meine, was ist das für eine Frage? Ich liebe Döner. Und falls ihr wissen wollt, wie ich meine Döner esse, Leute, in meinem Döner muss immer alles drin sein. Also auch Zwiebeln, Tomaten, Schaf, alle Soßen. Und ja, da muss auf jeden Fall immer alles komplett drin sein. Aber wie sieht es mit euch aus? Mögt ihr auch Döner? Oder was mögt ihr in eurem Döner? Beziehungsweise was soll nicht in eurem Döner rein? Ich glaube, viele werden jetzt sagen, dass sie keine Tomaten mögen oder so. Aber die Menschen werde ich sowieso nicht verstehen. Wie kann man keine Tomaten mögen? Hallo? Kommen wir aber jetzt lieber zu der nächsten Frage. Die kommt wieder von der lieben Litschi. Und sie fragt, klaut Emily dir manchmal die Klamotten? Und ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Wenn es nur manchmal wäre, dann wäre es ja noch okay. Aber Emily klaut wirklich jeden Tag meine Klamotten. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimme. Sondern die macht meine Klamotten danach immer fertig. Also wenn wir zum Beispiel was essen, dann ist da immer alles voll befleckt. Also meine T-Shirts müssen dann sofort in die Wäsche, ohne dass ich die überhaupt tragen könnte. Also nochmal, danke an dich, Emily. Aber diesen heiligen Lavi-Mitsch wirst du auf jeden Fall nicht beschmutzen. Sonst... Ähm, was dann? Äh, dann... Ja, du weißt schon, was dann ansteht. Äh, äh... Oder gut. Aber bei Mathe, wie gesagt, keine Chance. Bei meiner letzten Abschlussprüfung damals in Mathe, wo dann nochmal alle Mathe-Themen vorkamen, habe ich auch nur meinen Namen draufgeschrieben. Und was ich dann dafür für eine Note bekommen habe, könnt ihr euch, glaube ich, denken. Aber Leute, ich hoffe mal, ihr passt alle fleißig in der Schule auf und werdet nicht so wie ich. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ist eigentlich euer Lieblingsfach und was ist euer Hassfach. Die nächste Frage kommt schon wieder von der Litschi, okay. Die hat heute mal richtig coole Fragen geschrieben und sie fragt, bist du unpünktlich? Und ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Ja, ich bin sehr unpünktlich. Also egal, wo ich auftauchen muss, ich bin eigentlich nie pünktlich. Die nächste Frage kommt von demjenigen Emily Scatter und er fragt, warum verlost du eigentlich so gerne Robux? Und das kann ich euch ganz leicht beantworten. Und zwar durfte ich mir damals nie etwas kaufen für irgendwelche Computer- oder Handyspiele und da ich die Möglichkeit habe, euch Robux zu schenken, mache ich das natürlich. Ich weiß ja auch, dass viele von euch keine Robux kaufen dürfen und euch dann eine Freude damit zu machen, Robux zu geben, das macht mich dann auch mega glücklich. Aber natürlich bekommen nur die Leute Robux, die mich auch abonniert haben, die meine Videos liken, die meine Videos kommentieren, denn da draußen gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute, die mich nur wegen Robux gucken und mich nicht mal abonniert haben. Also ihr bekommt auf jeden Fall keine Robux von mir. Die nächste Frage kommt von demjenigen Yoshi und er fragt, wer ist der neue Charakter in der Lami-Army? Und ja, Freunde, das ist eine richtig gute Frage, denn ich habe ja damals gesagt, es kommt bald ein neuer Charakter dazu, wie Banami. Und ich muss euch eine Sache sagen, ihr habt alle schon den neuen Charakter gesehen. Ganz genau, Freunde, denn am Anfang von dem Video gab es einen Affen, der hat Banami verfolgt und das ist der neue Charakter. Er heißt auf jeden Fall Affi. Sein Lieblingsessen sind auf jeden Fall Bananen und Freunde, das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig mit Affi und Banami. Ich glaube, so richtig gute Freunde werden die nicht, aber wer weiß, Freunde, ich glaube, die Story zwischen den beiden wird richtig gut. Aber wie findet ihr Affi? Schreibt es mal in die Kommentare, bei einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr Affi bewerten? Kommen wir aber zu der wichtigsten Frage in diesem Video und zwar kommt die von der lieben Maler. Sie fragt, wann zeigst du das Geheimnis hinter deinem Fenster? Und Freunde, ich zeige es euch ganz genau jetzt. Okay, und hier sind wir auch schon, Freunde. Hier haben wir das Fenster, das werden wir jetzt aufmachen. Aber davor lasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und jetzt werden wir einfach mal diesen Knopf hier drücken und dann geht das Fenster auf. Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und Und ja, Freunde, wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, okay, Lamy, was geht jetzt ab? Ähm, ich denke mal, ihr wisst alle, dass es so auf jeden Fall nicht in Deutschland aussieht. Das ist auch nicht Österreich oder die Schweiz. Nein, das ist auf jeden Fall eine Insel, Freunde. Ganz genau, Emily und ich leben schon seit über einem Jahr auf dieser Insel. Vielleicht kennt ihr von euch ein paar diese Insel. Und zwar ist es Madeira und die Insel liegt in Portugal. Und ja, hier wohnen Emily und ich seit über einem Jahr und das ist echt mega schön hier. Oder, Freunde? Was sagt ihr? Aber, Freunde, habt ihr damit gerechnet, dass wir auf einer Insel leben? Ich glaube, ihr habt jetzt auf jeden Fall noch ein paar mehr Fragen am Start und ihr könnt hier auf jeden Fall alle in die Kommentare schreiben. Und eine Sache will ich euch noch verraten, Freunde, falls ihr mal einen Vlog von mir und Emily sehen wollt, wie wir euch diese Insel ein bisschen mehr zeigen, also unser Zuhause hier, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn bei 300.000 Abonnenten könnt ihr euch so ein Real-Life-Video auf jeden Fall erwarten. Und ja, ich würde sagen, wir switchen wieder zurück zu Brookhaven und schaut alle bei dem Birdshop vorbei. Aber, Freunde, habt ihr damit gerechnet, dass Emily und ich auf einer Insel leben? Ich glaube, damit hat auf jeden Fall niemand gerechnet. Und falls ihr noch nichts über die Insel Madeira wisst, Freunde, auf der Insel lebt einfach mein Lieblingsfußballspieler Cristiano Ronaldo. Ihr müsst euch also vorstellen, der hat auch auf dieser Insel sein eigenes Haus. Das heißt, Freunde, vielleicht treffen wir eines Tages den Lieblingsspieler von mir, Cristiano Ronaldo. Und was geht hier eigentlich für eine Party ab, ey? Und Leute, ich hoffe mal, dass euch dieses richtig coole Video gefallen hat. Wie gesagt, falls ihr auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen habt, dann stellt die unbedingt in die Kommentare. Wir versuchen auf jeden Fall so vieles wie möglich zu beantworten. Und Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und zwar, abonniert den Lami Gaming Kanal, kommt in meinen Discord Server und checkt unbedingt noch meinen Merch ab. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, Freunde, lasst auf jeden Fall für dieses Video einen Daumen nach oben, da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und Tschaui. 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 Tschaui.